Aber warum kugeln würdest du das auch sehen? Lexi, ich will auch rumkugeln. Ich hab eine Wofa-Kugel. Ach, Mozart-Kugeln. Ne, die mag ich nicht. Da hab ich ja rechtzeitig die Aufnahme gestartet, um... Die Diskussion über Kugeln. Genau. Wir können ja auch dem Mozart was rumkugeln. Naja, nachdem du letzte Woche mit dem Baumkuchen dran warst, jetzt haben wir halt immer irgendwas... Das war ja auch mit Alkohol rumkugeln jetzt. Ja. So, ich klick einfach schon mal auf fortsetzen. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Oh ja. Jo, mach mal. Mal gucken, ob das mit dem... Los, mach schon, yes, yes. Gucken, ob wir gleich immer noch lachen. Oh Gott. Ja, du musst spielen, wir müssen mal gucken. Ja. Ich hab das Licht an. Ich auch. Ja, ich zwar auch, aber... Das nützt mir im Spiel ja nix. Es ist trotzdem dunkel. Ja, ich bin nix. Ja, stimmt. Das ist sehr dunkel. Aber erstmal Taschenlopöde anmachen. Ja, mach mal. Guck. Ach, das war der Hund. Ich sag, was schüttelt sich denn? Schüttel dein Haar für mich. Ja, was ist wrong? Oh je. Das will ich gar nicht wissen. Wieso? Was ist denn? Boah, das mag ich ja gar nicht. Ich krieg jetzt schon. Nee, da am Stein war was. Ich hör was. Da. Nee, da sind nur Blätter. Wer weiß. Was ist mit dem Stein? Ja, mit dem Stein oder was? Kannst du doch... Oha. Kannst du doch jetzt anfangen? Boah. Boah. Ich hasse Wälder. Nee, auf komm ich nicht. Warum kommst du auch nicht? Also im Hellen finde ich Wälder nicht schlimm, aber im Dunkeln geh ich da auch nicht hin. Ich glaube, ich werde gleich schreien wie ein Mädchen, wenn jetzt irgendwas passiert. Das Schlimme an Wäldern, vor allen Dingen im Dunkeln, ist ja dann auch... Man kann ja in alles, was man sieht, was reininterpretieren irgendwo. Ja. Wenn du dich rumdrehst, dann kann auch was hinter dir stehen. Das ist einfach so. Deshalb drehe ich mich ja auch gar nicht erst rum. Aber er winselt auf jeden Fall. Ja. Also irgendwas... Frag ihm doch mal was. Ja, vielleicht muss ich ihn mal fragen. Äh, müssen wir ihn mal gucken. Was ist hier? Suchtadeln. Halt. Bleib bei mir. Haustier. Such. Oh, mit dem Kopf voll in dem Feld. Und er hat sich nicht umgekehrt. Oh. Oh. Also nichts. Wohl nicht. Oh, hier geht's durch. Ist da eine Höhle? Oh. 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 Bei mir Cotti sauer. Code. Ah oh. Ja, halt. Ah. Oh. Da hängst du mal wieder. Ja, guter Junge. Da ist doch was. Ja, echt. Aber ich sehe ihn nicht. Nee. Ich sehe da jetzt auch keine Chance, da irgendwas... Nee, dann rufen mal. Ob er kommt. Der kommt ja so mit, oder? Mal eben gucken, ob er so mitkommt. Ja. Ja. Oh. Na, jetzt nicht zu sehr entspannen, weil meistens kommen dann ja die Schockmomente. Ich entspanne aber auch gar nicht. Mein Oberhaar. Siehste, jetzt rennt er mit der Warte. Aha, da ist auch... Die Tötenlampe an eh. Da ist was. Uh, da ist was. Da ist was. Ja, rechts am Baum. Ja. Ja. Sieht aus wie Hände. Äh, die Finger. Äh. Ist das ja eine Party-Attacke? Aber der Hut ist doch da. Ja. Ja, du kriegst ja eine Party-Attacke, wa? Das ist äh... Du sollst einmal rufen. Irgendwann setzt einmal rufen. Ja. 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 Oh man. Oh man. Wie wenig. Aber es geht eh nicht weiter. Ah, das ist ein Schloss auf der Tür. Ja, das ist ein Schloss auf der Tür, was ich noch nicht war. Gern Licht. Ich glaub, da brauchen wir schon einen Hinweis für, oder? Ja, sagt er ja. Jetzt so Klick auf, so. Ah, scheiße! Genau, deine Hexe, die mich direkt tötet. Ja, klick zu Ende. Ja, ne. Überraschenderweise nicht auf. Wir sind wieder raus. Das heißt, freuen wir uns jetzt, dass wir hier gar nicht reinkommen. So, Bullett, du darfst wieder. Oh, der guckt auch mal da rüber, ne? Oh, Jesus, ey. Ich trau mich gar nicht zu trinken dran. Wo geht's hin? Hallo? Schlimm ist, man weiß ja, dass was passieren wird. Man weiß noch nicht wann. Äh, richtig. Ein altes Auto. Boah, was hat der? Ach, der hat was. Ach, er hat was. Yay! Oh, das ist nett. Komm schon, Bullett, du kannst besser als das machen. Wieso? Ist doch gut. Okay, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr abreißen. Also wirst du alle? Ja. Jetzt sieht Bullett zeigen. Ja, aber er hat den doch gerade geholt. Der stubert. Ja. Wo bist du? Ach, da. Alle so ein bisschen angespannt. Ach, was. Ehe. 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 Da ist er. Ach, er hat wieder was. 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 Das hat ja nicht bis hier nichts. Ich auch nicht. Äh, komm mal hier eben. Ja, so ist es doch. Ah, nee, das wollen wir jetzt nicht gucken, oder? Ja, doch müssen wir ja wahrscheinlich. Da. Ja, klar müssen wir das. Ich hab's denn nicht. Aber wer ist denn dabei eben, weißt du? Ich bin, der sieht ja nicht gerade glücklich aus. Nein, nein, fortsetzen. Was ist das so stupid? Ja, die Tape, die sehen, aber... Es ist kein Zeitpunkt. Wir müssen den Kind finden. Er ist in sehr gefährlich. Alice, selbst wenn das wirklich ist, ich kann dich alleine lassen. Wir haben keine Wahl. Ich werde nichts zu schützen. Ich werde ihn finden und warten, um dich zu treffen. Nein, Alice, warte! Ja, die können schon längst hier sein. Was sind das für Pfeife? Echt, ey? Ach, die sind eh gerade gestorben. Was sehen wir uns jetzt an? Ich habe gerade nicht zugehört. Die Gräben. Er hätte ja vorhin Gräben gesehen und da wollte er sich jetzt noch mal angucken. Die Gräben. Haben wir die Videokassette jetzt noch mal? Ach, du kannst doch filmen. Ach, filmen. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, der hatte doch letztes Mal gesagt, dass du das Video Sachen siehst, die du so nicht siehst. Ja, wir können die Realität manipulieren dadurch. Genau. Und vielleicht, wenn du jetzt was aufnimmst und dir das anguckst, vielleicht ist dann da was. Ja, ich sehe aber hier gerade keine... Hm? Ich habe keine, ähm... Er nimmt wohl von alleine gerade auf, oder wie sehe ich das? Hm. Ich hätte mal im Bunker filmen müssen. Kann sein. Was glitscht denn hier rum? Ja, du bist im Wald. Aber solch Geräusche braucht auch kein Mensch. Wir sollen also nochmal zurück. Ja, sehe ich richtig. Ja. Was sind das? Das ist ja auch ein Graben so gesehen. Ja. Vielleicht ist das gemeint. Oder sind wir da wieder... Ist das... Ja, das ist das, wo wir hier kommen, ne? Ja. Du bist einmal im Kreis gefahren. Ja, genau. Gelaufen. Ja, das Video wurde hier irgendwo aufgenommen, genau. So. Ja, genau. Die sind von da gekommen und sind da in den Bunker. Kann ich dann... Vielleicht, wenn ich jetzt hier... Ja, wenn du da filmst, dachte ich... Ja, genau, das war... Den Weg quasi gehst, den er aufgegangen hast. Mhm. Ähm. Das war doch nicht an. Achso. Da liegt das ja auch noch an, aber... Ne, da war nix. Das bleibt beim Alten. Kann man nix da machen, ne? Noch wissen wir nicht, wie wir da reinkommen. Und das Video scheint es auch noch nicht zu bringen. Dann könnten wir dann nochmal Bullet-Umrad fragen. Ey, was ist das da unten? Wo unten? Da unten? Warum bewegt sich das? Kannst du da mal was draufhalten? Was ist das denn? Guck mal. Da hat man die... Genau, die Video-Krimmarade drauf. Siehst du es? Ne? Ne, ist aber nix. Hä? Vielleicht hat er da gar nicht hingepieselt oder so. Oha, ey. Tut sich nix. Und warum sitzt du hier wieder so? Äh. Ich glaube, er wartet noch. Hm. Ich schütze auch. Aber der Boden, der geht nur ein bisschen... Sieg! Das ist das Wasser. Ah, you got nothing? Ah, hier haben wir nix. Aber wenn wir uns das hier doch unbedingt angucken sollten, dann... Oh, kannst du mal hell werden, bitte. Oh. Oh, diese Geräusche. Mhm. Und das finde ich. Sind wir von da gekommen? Keine Ahnung. Ja, wenn da vorne das Auto ist, das Auto macht, dann sind wir da schon gewesen. Ist das das Auto? Ich weiß nicht. Ja, doch. Ich glaube, ja. Achso, wir sind von der anderen Seite gekommen. Ja, gut. Immerhin. Auch mal einen anderen Weg probiert. Aber... Ich denke, wir müssen ja... Es ist nix. Achso, wir sind von der anderen Seite gekommen. Ja, gut. Immerhin. Auch mal einen anderen Weg probiert. Es ist nix. Das hört sich aber ganz komisch hier an. Was ist das denn? Was ist das? Da hängt was runter. Ja. Das sieht nicht normal aus hier. Was ist das denn? Ja. Ja, ich glaube, wie kann das machen? Ich glaube, das war nicht so, dass ich da und nicht so nachher kann. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ohne Licht sieht man dann ja auch nicht mehr fehlen. Oh Gott, oh Gott. Aber das ist auf jeden Fall nicht normal. Guck mal, das ist rot. Also wenn das den Baum irgendwie festhält, ne? Sind das ganz viele davon? Ja, guck mal, das wabert. Ja. Wurzeln leben die an sich auch, aber wie... sehr bewegliche Wurzeln. Aber... machen können wir damit nichts. Aber Hauptsache die Wurzel macht auch nichts mit uns. Das ist dann eigentlich schon in Ordnung.